Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich weiß, es ist ein bisschen grell. Ich bin da noch am einstellen. Ich begrüße euch. Wo haben wir das? Hier. Zu einem neuen Fan-Unboxing. Wir haben ja eben schon Fan-Unboxing gemacht von dem, was ich ja gerade angebaut habe. Das werden wir ein Stück nach oben machen. Das ist jetzt nicht ganz so grell. So, jetzt haben wir noch was vom Tobi. Das werden wir jetzt ohne auspacken. Da könnte ich jetzt richtig sagen, im Mai haben wir den Weihnachten. Noch nicht, noch nicht. Aber bald. Vom Heinz wusste ich, vom Tobi wusste ich nicht. Hier haben wir eine Karte. Muss ich jetzt mal reingucken. Frohe Weihnachten. Och, ist das süß. Hallo Odin. Wir wünschen... Oh, ist das süß. Katja und Tobi und Emily. Och, ist das süß. Das lese ich mir nachher gleich in Ruhe durch. Das lese ich meiner Tochter vor. Das lese ich meiner Tochter vor. Karte darüber. So, was haben wir denn hier? Das ist Verpackungsmaterial. Was haben wir denn hier? Och, ist das goldig. Im Ponywecker. Im Ponywecker. Die steht da so. Pferde und Tiere und Hello Kitty und an so einem Klimm-Bim. Klebestift. Och, das passt. Die hat zwar jetzt Klebestifte, aber die sind ja nicht rosa. Und der ist rosa. Tafelte sich freuen. In rosa Klebestift. Das haben wir denn hier noch. Dann können wir das hier wegpacken. Und auf. Tattoos. Crazy Tattoos. Ach so. Tattoos. Ja, eine Sicherheitsnadel. So Art Pflaster. So Panzertape. On-Off. Loading. Eine Fliege. Ein Auge. Achtung, Feuer. Ein Blitz. Zwei halbe Nägel. Also die Ober- und die Unterseite. Eine Schraube. Ein Blitz. Eine Spinne. Ein Ladebildschirm. Das ist das geil. Das Ladeding, das da ist. Das kann man sich ja prima auf die Stirne klatschen. Loading. Das ist so geil, oder? Also Loading. Das könnte bei vielen Behörden, könnte das mal eingefügt werden, dass sie so was wirklich echt machen, dass man weiß, wann sie arbeiten oder wann sie nicht arbeiten. Dann steht dann hier Loading oder Error 404. Und dann wirst du, oh, hier ist sie lieber nicht hinten. Da ist sie gequasht. Ponywecker nochmal. Klebestift. Ich zeige euch den jetzt nochmal. Und zweimal von diesen Crazy Tattoos. Vielleicht mache ich mir und meiner Tochter ja den Ladebildschirm mal ruf. Dann mache ich Videos zu. Aber nicht von meiner Tochter, nur von mir. Oh, weia. So. Komm, ich bescheuere die Ideen, ey. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ich sage nochmal Danke an Tobi und Katja. Und an die kleine Emily. Peace, sagt euer Odin. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi.